Herzlich willkommen zu 10 Minuten VWL. In diesem Video lernen wir alles, was mit der AS-Kurve zu tun hat. Dabei besprechen wir sowohl den Unterschied zwischen der kurzfristigen und der langfristigen AS-Kurve. Und wir lernen auch, wann sich die einzelnen Kurven verschieben und warum sie das tun. Keine Angst, das artet jetzt nicht in Mathe aus. Wir wollen uns noch ganz kurz anschauen, wo die AS-Kurve eigentlich herkommt und was dahinter steckt. Das hilft uns dann gleich auch besser zu verstehen, was die AS-Kurve aussagt und wie sie sich verschiebt. Hinter der AS-Kurve steckt letztendlich die Angebotsseite der Volkswirtschaft, AS für Aggregate Supply. Und in den meisten VWL-Vorlesungen wird das anhand der Lohnsetzung und der Preissetzung analysiert. Zu diesen beiden Gleichungen und wie man damit zum Beispiel die natürliche Arbeitslosenquote bestimmen kann, habe ich schon ein eigenes Video gemacht, das habe ich unten verlinkt. Deswegen nur ganz kurz nochmal die Zusammenfassung, was diese beiden Gleichungen aussagen, weil nämlich das dann letztendlich auch hinter der AS-Kurve steckt. Die Lohnsetzungsgleichung sagt, dass die Nominallöhne, die zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern ausgehandelt werden, dass diese Nominallöhne mit den Preiserwartungen steigen. Das wird nachher auch noch sehr wichtig sein. Wenn ich also davon ausgehe, dass in ein, zwei Jahren die Preise deutlich höher sind, werde ich einen höheren Lohnbild beim Arbeitgeber aushandeln, um letztendlich meine Kaufkraft zu erhalten. Und der zweite wichtige Punkt. Je höher die Arbeitslosenquote U ist, desto niedriger sind die Nominallöhne, die zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmern ausgehandelt werden. Stellt euch einfach vor, wenn die Arbeitslosigkeit hoch ist, dann ist die Verhandlungsposition der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer entsprechend schlechter und dementsprechend fallen auch die Löhne niedriger aus. In das Z ganz am Schluss, da können wir noch andere Arbeitsmarkteffekte reinstecken, die die Löhne beeinflussen. Das ist hier aber heute nicht so wichtig. Bei der Preissetzungsgleichung, da steckt es dahinter, welche Preise die Unternehmen festlegen. Und die Idee ist, wenn wir es vereinfacht mal annehmen, dass jeder Arbeiter für den Lohnsatz W genau eine Einheit Output produziert, dann entspricht der Nominallohn W auch den Lohnstückkosten. Und die Unternehmen nehmen diese Lohnstückkosten in Höhe von W und schlagen noch µ% für andere Kosten obendrauf, zum Beispiel für Energie oder auch als Gewinnmarge. Und das ergibt dann die Preise p, die die Unternehmen verlangen. Und unsere AS-Kurve, um die es ja in diesem Video geht, ist letztendlich die Kombination aus diesen beiden Gleichungen. Und wenn wir den Lohn in die Preissetzungsgleichung einsetzen, dann erhalten wir p gleich 1 µ, das haben wir hier, mal W und das W von oben übernehmen wir Preiserwartung mal diese Klammer. Jetzt brauchen wir zur Herleitung unserer AS-Kurve nur noch einen zweiten Schritt. Und zwar möchten wir die Arbeitslosenquote hier loswerden. Die Arbeitslosenquote, das ist ja nichts anderes als das Verhältnis aus der Anzahl der Arbeitslosen U geteilt durch die Erwerbspersonen L. Was sind denn eigentlich diese Erwerbspersonen? Die Erwerbspersonen L, das sind alle auf dem Arbeitsmarkt. Das heißt, die Erwerbspersonen sind die Summe aus denen, die einen Job haben. Das sind die Beschäftigten N und diejenigen, die zwar keinen Job haben, aber gerne einen hätten, nämlich die Arbeitslosen U. Das bedeutet natürlich auch, dass wir die Arbeitslosen erhalten, indem wir alle Erwerbspersonen nehmen und davon dann diejenigen abziehen, die einen Job haben. Und wenn wir die abziehen, die einen Job haben, bleiben eben die übrig, die keinen haben. Und das sind die Arbeitslosen. Und genau das setzen wir jetzt hier für die Arbeitslosen ein. Im nächsten Schritt haben wir hier L geteilt durch L. Das ist schlicht 1. Und dann bleibt noch übrig minus N geteilt durch L. Naja, das schreiben wir schlicht auf. Und für den letzten Schritt überlegen wir uns noch, wie unsere Produktionsfunktion aussieht. Und die Idee ist, dass unsere Produktion Y üblicherweise schlicht der Anzahl an Beschäftigten N entspricht. Das bedeutet, jeder Beschäftigte N produziert genau eine Einheit Output. Und dementsprechend können wir anstatt der Beschäftigten auch den Output Y hinschreiben. Damit sind wir aber auch fertig. Denn jetzt nehmen wir unsere Gleichung von oben und ersetzen die Arbeitslosenquote U eben durch 1 minus Y durch L. Anstelle von minus Alpha mal U haben wir jetzt hier unten minus Alpha mal diesen grünen Ausdruck 1 minus Y durch L. Und das ist zunächst mal jetzt unsere AS-Kurve. Und jetzt müssen wir schauen, was sagt uns diese AS-Kurve eigentlich? Zunächst mal ist es wichtig zu verstehen, dass alles außer der Produktion Y und dem Preis Niveau P exogene Parameter sind. Das heißt, sowohl dieses µ, der Aufschlag auf die Lohnstückkosten, als auch diese Arbeitsmarktsammelvariable Z, als auch dieser Parameter Alpha, wie auch die Anzahl der Verspersonen L, alles das sind exogene Parameter. Das heißt, die verändern sich nur, wenn in der Aufgabe steht, jetzt steigt der Gewinnaufschlag µ von 20% auf 30%. Aus Sicht von unserer AS-Kurve ist auch die Preiserwartung exogen bzw. gegeben. Über die müssen wir aber gleich noch ein bisschen mehr im Detail reden, deswegen will ich die nochmal kurz wegschieben. Das bedeutet aber nochmal die entscheidenden endogenen Variablen, die wir eben mit unserer AS-Kurve diskutieren und später dann mit unserem AS-AD-Modell in einem späteren Video auch erklären wollen. Das ist unsere Produktion Y und das Preis Niveau P. Und wenn wir jetzt wissen möchten, ob diese AS-Kurve einen positiven oder einen negativen Zusammenhang zwischen Y und P darstellt, wir können zum einen in die Mathe reinschauen. Wenn Y steigt, jetzt haben wir zwar ein Minus davor, aber davor haben wir nochmal ein Minus, also insgesamt Plus. Mit anderen Worten, rein mathematisch bedeutet das, wenn Y steigt, wenn unsere Produktion steigt, dann muss auch das Preisniveau, das von der AS-Kurve vorgegeben wird, zunehmen. Viel wichtiger ist aber zu verstehen, was die Intuition dahinter ist. Und dafür ist es ganz wichtig, sich daran zu erinnern, dass auch dieser Hinweis ganz am Ende der Folie, dass die AS-Kurve ja nichts anderes ist, als die Kombination aus Lohnsetzung und Preissetzung. Das haben wir ja vorhin hergeleitet. Wir haben die Lohnsetzung und die Preissetzung eingesetzt und dann anstatt der Arbeitslosenquote noch diesen Ausdruck mit der Produktion Y eingesetzt. Das bedeutet, die gesamte Argumentation, wie sich Y auf P auswirkt, muss auch aus der Lohn- und Preissetzung kommen. Schauen wir uns das mal an. Nehmen wir mal an, die Produktion nimmt aus irgendwelchen Gründen zu. Ja, möglicherweise schon, das hat dann was mit der AD-Kurve zu tun. Wenn die Nachfrage steigt, möchten die Unternehmen vielleicht mehr produzieren. Gesamt ist gar nicht unser Problem. Nehmen wir also mal an, die Unternehmen wollen mehr produzieren und das Y nimmt zu. Wenn die Unternehmen mehr produzieren, müssen sie dafür auch mehr Leute einstellen. Das heißt, die Arbeitslosenquote nimmt dementsprechend ab. Das ist die runde Klammer, die wir drin haben. Gemäß unserer Lohnsetzungsgleichung haben wir aber gelernt, wenn die Arbeitslosenquote zurückgeht, dann verbessert sich die Verhandlungsposition der Arbeitnehmer und dementsprechend verlangen die Arbeitnehmer höhere Löhne. Wenn aber die Löhne steigen, dann nehmen die Lohnstückkosten der Unternehmen zu. Und das geben die Unternehmen in Form von höheren Preisen weiter. Und genau das ist der Grund, warum eine höhere Produktion über niedrige Arbeitslosigkeit höhere Löhne letztendlich zu höheren Preisen führt. Und darum zeigt uns die AS-Kurve einen positiven Zusammenhang zwischen Y und P und verläuft steigend. Noch ganz kurz zwei Punkte. Zum einen, wir haben hier die sogenannte kurzfristige EIS-Kurve. Das erkennen wir daran, dass wir die Preiserwartungen noch explizit drin stehen haben und dass die vom tatsächlichen Preisniveau abweichen können. Für den Moment muss uns das nicht stören, aber später, wenn wir über die langfristige AS-Kurve sprechen und die mit der kurzfristigen vergleichen, dann wäre das ein bisschen klarer. Der zweite Punkt ist, andere Dozentinnen und Dozenten begründen den positiven Zusammenhang zwischen Preisniveau und Produktion von der AS-Kurve ein bisschen andersrum. Und zwar fangen die nicht wie wir mit der höheren Produktion an und sagen, dadurch fällt die Arbeitslosenquote und dadurch steigen die Löhne und dadurch steigen die Preise für gegebene Preiserwartungen. Sondern die machen es im Prinzip andersrum. Die sagen, wenn die Preise steigen, die Preiserwartungen aber sich nicht angepasst haben, dann fallen dadurch letztendlich die Reallöhne. Wenn die Reallöhne fallen, dann stellen die Unternehmen mehr ein. Dadurch nimmt die Arbeitslosenquote ab und damit steigt dann auch die Produktion. Und damit haben sie auch wieder einen positiven Zusammenhang, führt aber am Ende genauso zur steigenden AS-Kurve. Nachdem wir jetzt verstanden haben, warum die AS-Kurve einen positiven Zusammenhang zwischen Produktion, Y und Preisniveau p darstellt, möchten wir das Ganze auch in einem Diagramm darstellen. Ihr seht hier die Produktion Y, ein bisschen versteckt an der horizontalen Achse und das Preisniveau p haben wir an der vertikalen Achse. Die AS-Kurve, das agilierte Angebot, verläuft steigend. Je weiter wir nach rechts gehen und damit, je höher unsere Produktion sein soll, desto niedriger ist die Arbeitslosigkeit, desto höher sind die Löhne, die die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerin durchsetzen können. Dementsprechend höher sind die Lohnstückkosten und dementsprechend höher sind auch die Preise, die die Unternehmen verlangen. Jetzt wüssten wir gerne, wie die AS-Kurve von all den Parametern, die wir bis jetzt im Modell haben, abhängt. Da beginnen wir zunächst mal mit µ, unserem Aufschlagunternehmen auf die Lohnstückkosten. Wenn wir in unsere AS-Kurve reinschauen, dann sehen wir, dass ein höherer Aufschlagunternehmen auf die Lohnstückkosten bei der Preissetzung natürlich dann auch zu höheren Preisen führt. Und dementsprechend verschiebt, oder ihr seht es gleich hier, dreht, könnte man fast vielmehr sagen, ein Anstieg des Aufschlags auf die Lohnstückkosten die AS-Kurve nach oben. Und umgekehrt, wenn µ fällt, dann dreht oder verschiebt die AS-Kurve sich wieder nach unten. Eine ähnliche Auswirkung hat ein Anstieg von z, das ist diese Arbeitsmarktsammelvariable. Man könnte zum Beispiel sagen, wenn die Gewerkschaften stärker werden oder es besseren Kündigungsschutz gibt, nur dann würde dieses Z steigen und auch dann würde die AS-Kurve sich nach oben verschieben. Ich habe übrigens diese dynamische Grafik, die ihr hier seht, auch unten verlinkt. Das heißt, ihr könnt da selbst auch hier ein bisschen an den Schieberreglern rumspielen und schauen, wie eben die einzelnen Parameter hier unsere AS-Kurve verändern. Dann seht ihr zum Beispiel auch, ein Anstieg der Erwerbspersonen L führt interessanterweise dazu, dass die AS-Kurve sich nach unten verschiebt. Ein Anstieg von L bedeutet ja nichts anderes, als dass wir mehr Erwerbspersonen haben, also mehr Leute auf dem Arbeitsmarkt. Das drückt dementsprechend die Lohnkosten und damit auch die Preise, die Unternehmen verlangen. Und damit führt ein höheres L, ein Anstieg der Erwerbspersonen, zu einer Verschiebung oder eigentlich zu einem Drehen, wenn man so möchte, der AS-Kurve nach unten. Jetzt kommen wir noch abschließend zur wichtigsten Verschiebung. Und zwar haben wir bis jetzt die Preiserwartungen noch gar nicht angesprochen. Ihr könnt es auch selbst wieder ausprobieren. Wenn die Preiserwartungen steigen, dann seht ihr, dass die AS-Kurve sich nach oben verschiebt bzw. dreht. Und die Frage ist eben, warum führen höhere Preiserwartungen zu einer Verschiebung der AS-Kurve nach oben? Die Argumentation dahinter, die müssen wir weiterhin in der Lohn- und der Preissetzung suchen, weil mehr Zutaten haben wir nicht. Und die Idee ist, wenn die Preiserwartungen bei den Lohnverhandlungen steigen. Wenn ich also jetzt davon ausgehe, wie es im Moment der Fall ist, dass in den nächsten Jahren die Preise vielleicht sogar noch weiter steigen, dann fordere ich höhere Löhne bei meiner Lohnverhandlung. Das erhöht die Lohnstückkosten der Unternehmen und die geben das in Form von höheren Preisen weiter. Und dementsprechend führen höhere Preiserwartungen zu einer Verschiebung der AS-Kurve nach oben in Richtung von höheren Preisen. Das bedeutet aber auch, noch ganz wichtig zum Abschluss, dass jede AS-Kurve, genau genommen jede kurzfristige AS-Kurve wie wir es hier haben, dazugehörige Preiserwartungen hat. Das ist die AS-Kurve zu den Preiserwartungen 3 ungefähr. Das ist die AS-Kurve zu den Preiserwartungen 2. Das ist die AS-Kurve zu den Preiserwartungen 4 und so weiter und so fort. Je höher die Preiserwartungen sind, auf denen die aktuelle AS-Kurve, die wir betrachten, basiert, desto weiter links oben verläuft die. Ganz kurz, bevor wir jetzt weitermachen mit der mittel- bzw. langfristigen AS-Kurve. Wenn ich euch bis hierhin geholfen habe, helft mir mit einem Like und einem Abo weiter. Und falls ihr jetzt schon oder vielleicht auch später Fragen habt, schreibt die gerne in die Kommentare und dann kümmere ich mich auch drum. Jetzt kommen wir zur langfristigen AS-Kurve. Manche nennen die auch mittelfristige AS-Kurve das genau das Gleiche. Und für diese langfristige AS-Kurve haben wir schon alle Zutaten. Die basiert nämlich auf der in Anführungszeichen kurzfristigen AS-Kurve, wie wir sie gerade schon hergeleitet haben. Das ist die gleiche Gleichung wie vorher. Ich habe nichts verändert. Und der einzige Unterschied in der mittleren bzw. langen Frist besteht darin, dass wir annehmen, dass in der langen Frist die Preiserwartungen korrekt sind. Kurzfristig, wie wir es bis jetzt hatten, konnten das tatsächliche Preisniveau und die Preiserwartungen, das konnten zwei unterschiedliche Werte sein. Es kann also sein, dass ich in den Pub gehe und ich nehme 5€ mit, weil ich weiß, mein Bier kostet 2,50€ und ich möchte 2 Bier trinken. Plötzlich werde ich überrascht. Der Bierpreis ist auf 3€ gestiegen. Bedeutet, meine Preiserwartungen waren falsch. Früher oder später werde ich aber meine Preiserwartungen an die tatsächlichen Preise, die ich ja beobachte, anpassen. Und genau das entspricht eben der Definition der mittleren bzw. langen Frist. Wir sind eben dann im langfristigen Gleichgewicht angekommen, wenn die Preiserwartungen korrekt sind und die erwarteten Preise, PE, den tatsächlichen Preisen, P, entsprechen. Wenn wir also im langfristigen Gleichgewicht sind, dann können wir sozusagen diesen Erwartungsindikator da oben rausschmeißen. Und dann steht eben sowohl links als auch rechts einfach das tatsächliche Preisniveau P. Und wenn sowohl links als auch rechts P steht, dann machen wir genau das, was wir hier schon sehen. Wir kürzen eben beide Preisniveaus heraus und haben dann damit diese langfristige AS-Kurve. Das war's schon. Die Frage ist jetzt nur, was bedeutet das? Wir haben also gerade das Preisniveau hier komplett rausgekürzt. Jetzt schauen wir mal weiter. Das µ, das α, das L und auch das z, das sind exogene Parameter. Ihr erinnert euch an das Diagramm. Das waren so Schieberegler, an denen ihr rumspielen konntet. Das bedeutet, die einzige endogene Variable, die noch übrig ist, das ist unser yn. Die langfristige AS-Kurve, die wir jetzt sehen, definiert uns also ein eindeutiges mittel- bzw. langfristiges Produktionsniveau. Ich habe das in der Gleichung hier auch schon gekennzeichnet, indem ich nicht mehr y schreibe, sondern yn. Das bezeichnet man als natürliches, manchmal auch mittelfristiges Produktionsniveau, manchmal auch Produktionspotential. Und nochmal dieses natürliche Produktionsniveau yn, das wird ausschließlich von der langfristigen AS-Kurve bestimmt. Das bedeutet auch, am Schluss wird es egal sein, was wir später im ISLM-Modell bzw. dann in der AD-Kurve, die darauf basiert, was wir da treiben. Denn langfristig müssen wir auf jeden Fall bei diesem Produktionsniveau herauskommen, das von der langfristigen AS-Kurve bestimmt ist. Und das bedeutet eben auch, wenn wir keine Preise mehr in der Gleichung drin haben und wir die langfristige AS-Kurve in unser Diagramm von eben einzeichnen möchten, dann ist eben diese langfristige AS-Kurve schlicht eine vertikale Gerade auf Höhe von yn. Schauen wir uns das am besten gleich mal an. Wir haben hier zunächst mal dieselbe kurzfristige AS-Kurve wie zuvor, nur diese blaue Kurve. Und jetzt habe ich hier zusätzlich noch die langfristige AS-Kurve eingezeichnet. Und dies ist eben eine vertikale Gerade auf Höhe von diesem Y-Niveau, das wir aus unserer AS-Kurve erhalten, wenn wir Preise gleich Preiserwartungen setzen, dann die Preise rauskürzen, wie wir es auf der Folie vorher gemacht haben und dann konkret hier im Zahlenbeispiel eben diese Zahlen einsetzen. Jetzt stellen wir uns die Frage, was verschiebt denn unsere langfristige AS-Kurve? Und das erste, das eine Auswirkung hat, ist µ, dieser Aufschlag der Unternehmen auf die Lohnstückkosten für andere Kosten und für Gewinn. Ein Anstieg von µ, also ein höherer Aufschlag der Unternehmen auf die Lohnstückkosten für andere Kosten, zum Beispiel für Energiepreise, verschiebt eben nicht nur die AS-Kurve nach oben, also führt dazu, dass die Unternehmen grundsätzlich höhere Preise verlangen, sondern führt eben auch dazu, dass mittelfristig die Produktion, also letztendlich das BIP abnimmt. Die Unternehmen produzieren eben entsprechend mittelfristig weniger, weil ihre Produktionskosten zugenommen haben. Ein Anstieg von Z, diese Arbeitsmarktsammelvariable, hat im Prinzip den gleichen Effekt. Interessanter ist vielleicht noch ein Anstieg von L, als wenn wir mehr Erwerkspersonen haben. Denkt vielleicht auch an Zuwanderung von Fachkräften oder so. Dann verschiebt das die kurzfristige blaue AS-Kurve nach unten und die langfristige AS-Kurve verschiebt sich tatsächlich nach rechts. Wenn wir mehr Erwerkspersonen haben, können wir letztendlich mittel- bzw. langfristig auch mehr produzieren. Zum Schluss kommen wir zum allerwichtigsten Punkt, nämlich den Preiserwartungen. Wenn die Preiserwartungen steigen, haben wir schon gesagt, die blaue kurzfristige AS-Kurve verschiebt sich nach oben, weil die höheren Preiserwartungen sich in höheren Nominallöhnen und damit letztendlich auch höheren Produktionskosten und Preisenunternehmen niederschlagen. Wenn ihr jetzt an den Preiserwartungen herumspielt, seht ihr das wie zuvor auch wenig überraschend. Die blaue kurzfristige AS-Kurve sich nach oben verschiebt bei höheren Preiserwartungen. Was davon aber völlig unbeeindruckt ist, das ist die grüne mittelfristige AS-Kurve. Und wenn ihr auf der Folie vorher aufgepasst habt, dann dürfte es auch keine Überraschung mehr sein. Denn wie haben wir denn diese grüne langfristige AS-Kurve hergeleitet? Wir haben ja unsere kurzfristige AS-Kurve genommen, wir haben Preise gleich Preiserwartungen gesetzt und dann haben wir die Preise rausgekürzt. Wenn da die Preiserwartung nicht drin ist und auch keine Preise mehr drin sind, deswegen ist das Ding ja vertikal, dann hat natürlich eine Änderung der Preiserwartungen auch keinen Einfluss mehr auf diese Kurve bzw. vertikale Gerade. Nur die Preiserwartungen sind ja nicht mehr drin. Das ist der Grund, warum eben die blaue kurzfristige AS-Kurve sich mit höheren Preiserwartungen nach oben verschiebt. Wohingegen das natürliche Output-Niveau oder Produktionspotenzial und soll grüne vertikale AS-Kurve, die ist völlig unbeeindruckt, wenn wir die Preiserwartungen verändern. Weil, wie gesagt, mittelfristig sind die Preiserwartungen gleich den Preisen und damit fliegen sie aus der Gleichung raus und wir haben mittelfristig ein eindeutiges Produktionsniveau definiert. Je nachdem, wie pingelig eure Dozentinnen und Dozenten haben, sehen wir hier jetzt noch ein sehr interessantes Feature. Und zwar, wenn wir uns den Schnittpunkt zwischen unserer langfristigen AS-Kurve und der blauen kurzfristigen AS-Kurve anschauen, dann ist das natürlich zum einen bei dem Produktionsniveau Yn, das eben eindeutig von der langfristigen AS-Kurve festgelegt wird. Okay, das ist nicht so überraschend. Aber bei einem Preisniveau, hier in unserem Zahlenbeispiel in Höhe von 3. Und dieses Preisniveau in Höhe von 3, das entspricht genau den Preiserwartungen, auf denen diese blaue kurzfristige AS-Kurve basiert. Und das ist kein Zufall. Wir hatten ja gesagt, während die langfristige AS-Kurve völlig unabhängig von den Preiserwartungen ist, hat jede kurzfristige AS-Kurve ein bestimmtes Niveau an Preiserwartungen, das der zugrunde liegt. Und im Schnittpunkt aus der langfristigen AS-Kurve und der kurzfristigen AS-Kurve, dort sehen wir die Preiserwartungen, die in der AS-Kurve, die wir gerade betrachten, verwendet werden. Wenn wir zum Beispiel die AS-Kurve mit Preiserwartungen in Höhe von 4 anschauen, die verläuft entsprechend weiter oben, dann schneidet diese die langfristige AS-Kurve eben bei einem Preisniveau in Höhe von 4. Das ist auch nicht weiter überraschend, weil wir haben ja hier gesehen, wir sind dann bei yn, also bei unserem natürlichen Preisniveau, in unserem Zahlenbeispiel bei 250, wenn die Preiserwartungen dem tatsächlichen Preis entsprechen. Das heißt, unsere blaue kurzfristige AS-Kurve ist dann beim natürlichen Outputniveau hier in Höhe von 250, wenn die Preiserwartungen, auf denen diese AS-Kurve basiert, hier 4, den tatsächlichen Preis in diesem Punkt in Höhe von 4 entsprechen. Wenn ihr also jemals eine AS-Kurve exakt zeichnen müsst, dann achtet darauf, dass diese kurzfristige AS-Kurve die langfristige AS-Kurve genau bei dem Preisniveau schneidet, das den Preiserwartungen entspricht, auf denen diese kurzfristige AS-Kurve basiert, also in unserem Zahlenbeispiel jetzt hier 4. So, das war's. Wenn ihr bis hierhin dabei geblieben seid, dann habt ihr viel geleistet. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Helft mir mit einem Like und einem Abo. Fragen wie immer unten in die Kommentare. Und ansonsten bleibt mir euch nur ganz viel Erfolg beim Einüben zu wünschen und bis zum nächsten Mal. WDR 2021 Vielen Dank.